Heute werfen wir mal einen Blick auf den grandiosen Narzissten. In die Weiten des Weltalls hinein. Bavaria One, unter diesem Namen, hat er ein viele Millionen schweres Programm angeschoben. Der Ministerpräsident auf einer Bühne vor seinem eigenen Konterfei. Das Ganze mit der Überschrift Bavaria One. Wenn er sich vor einem riesen eigenen Bild fotografieren lässt, das ausschaut wie der nordkoreanische Präsident. Da muss ich sagen, da hat er das Fingerspitzengefühl verloren. Ostern mit Narzissten. So gehen sie mit schwierigen Familienmitgliedern um. Hi, es ist Ostern. Ein super Osterei. Ein mega Osterei. Was ganz besonders erfolgreich ist, es hat eine ganz interessante Bemalung bekommen. Ich bin ein goldener Gott! Unter den Kommentaren verlosen wir das. Das ist dann auch noch ein paar Tage mega frisch. Und jeder, der es mag, kann es bekommen. Schöne Ostern und mein Super-Obo-Style. Mega frisch. Mein Super-Obo-Style. Mega frisch. Mein Super-Obo-Style.